ok da sind wir wieder beim minecraft beim together so ich weiß ja nicht in wiefern ihr pläne habt aber ich werde jetzt erstmal die kaktien hier draußen weg machen weil die mir irgendwie auch nicht sagen würde mich sein ganzes zeug zurückgeben stimmt das ja noch von letztem mal doch die landschaft ordentlich ich glaube das gehört alles hier so ich weiß auch was von der geld ich habe ich glaube ich glaube ich ja das ist das richtige holz doch nicht gut wir haben schon in den ersten folgen sehr viel schmarr gemacht hier ist es geht es gut ich brauche mich mal ein bisschen holen ist darunter das ist ja gleich mein ganzes deck ja genau das wollte ich auch gerade machen das Ding hier oben weg machen ja ich muss mir auch mal wieder items machen ich habe nämlich auch nix mehr wenn du hier runterkommst magst du mir ein bisschen holz mitbringen wo runter in die mine nur holz ja in die mine runter ich glaube ja ich komme kurz was die folge mal terraforming und tu mal den ganzen scheiß die wir letztes mal gemacht haben im Moment ich muss die playlist noch angerschmeißen ja dafür hast du nicht auf den grünen da kommt noch einer von richtung treppe und so recht ja haben wir irgendwo erde da kommt ihr dann war ein bisschen jetzt ist es gelerter er hat eine Aufführung wie viel holz brauche und nicht ein bisschen muss man es bei uns noch ein bisschen unterstellen Prozent genau nimm einfach mal So, äh, die Sticks kannst du haben, ich brauche nur 4 und 6. Gott, dann nehme ich die Sticks wieder mit. Ja, brauchen wir jetzt mal so Steinschaufeln hier? Das ist ein bisschen Stein-Shit. Ja. Super. Ah, ich werde von diesem... Ah, Spinner, 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 Spinner. Nein, ich bin nach Patrick. Es ist... Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick! Ja. So, haben wir noch Eisen. Ich hab Eisen. Nee, ich mach mir erst mal Stein-Tools, das muss reichen. Die geile Aktion mit dem verwackten TNT, letztes Mal bei ihr, oder mit dem verlegten TNT war episch. Verlegtes TNT? Die ganze TNT. T-Aktion war geil. Ja, weil ich hatte... Wir hatten doch irgendwie ein TNT, oder so. Äh, ich wollte der Quentin's Basis graben, um das TNT's Plan. Und wir haben's die ganze Zeit hin und her getradet, oder so. Ja. Es ist mir im Inventar angezeigt worden, aber in Wirklichkeit hatte Quentin's aufgesammelt. Das hat sie geil. So, nochmal ein paar Fackeln. Das in die Kiste, das in die Kiste, das auch und das auch alles in das Reisen. Auch. Ich verbringe jetzt erstmal ein paar... So ein paar Steine nämlich mit. Wow, Creeper. Ähm... Soll ich vielleicht mal Holzfarmen gehen? Nein. Nicht unbedingt. Die Bäume sind eh abgefackelt, deswegen macht das nicht. Ja, ich mein, die angefackelten könnte ich ja mal... die fällig jetzt einfach mal... Ja, kannst du gern machen. So. Alter. Ich dachte schon, ich hätte nix zu essen dabei, das wäre jetzt irgendwie leicht bitter gewesen. Äh, wir brauchen übrigens unbedingt auch nochmal, äh, ein Feuerzeug, um die Wiese... Ich hab'n Feuerzeug. Ja, zünd doch mal diese unendlich großen Hecken, die in den Himmel ragen an. Welche Hecken? Das hab' ich letztes Mal schon versucht, das geht nicht einfach so... Hm? Ach, das ist... Die brennen nicht komplett runter. Äh, da muss er schon gut machen, oder? Was? Wenn ich mit mir nicht kurz creative kann, dann schlag ich sie komplett kaputt. Nein. Ja, ihr wird nicht geschehen. Baut euch hoch. Nein. Äh... Er wollte geschehen nicht, ich. Also ich muss nicht auch mich. Ja, ja. Aber du willst sehr unbedingt abfahren, deswegen baue dich doch einfach hoch. Ja, mich stören sehr nicht. Das ist nicht zu hoch. Ich muss auf 13. 14. 13. Eins noch runter. Da muss ich noch ein bisschen bäumige pflanzen. Ich geh jetzt ein bisschen Street Mining betreiben. Ach, cool. Dings ist ja so nur noch drauf, Triassist. Gut. Ja, natürlich. Dings sind zwei Bäume nämlich nicht so wirklich funktioniert. Aber ich glaube das war, weil die angefackelt waren schon. Das ist eigentlich, äh... Ja, ich dachte ich hätte auch die Feind drin. Und da gibt es ja den Geld zu tun. Ja, den habe ich so ein Beispiel. Verdammt, falsche Tasche. Ne, ich habe... Ah, immerhin die, äh... Mop-Griefing-Game-Rule ist drin. Das ist sehr schön. Das ist aber wirklich sehr schön, wo es die Spinne ist. Ich habe hier gerade eine Spinne gehört, wo ist die? Die, äh, änderst du dich noch, dass wir im alten Let's Play immer nach, dass ich mal nach Plug ins Gesicht habe, damit die Creeper nicht alles kaputt jagen und wir wollten die Game-Rule einfach da noch nicht einfallen. Ja. Stimmt, da hatten wir da ja auch schon. Oh, all das sind die Creeper creepy aus. Dump, da-dump, da-dump. Bis jetzt ist das Server deutlich stabiler als letztes Mal. Ja, das kann. vielleicht am TS könnte es ja ich hab's dir gesagt das neue Jahrhunderts wenn die Audioqualität nicht drunter leidet dann ist es ja okay und so lange nicht und zwar jetzt sofort das ist ja alles voll in Ordnung ja ist doch alles okay weißt du was ich werde mit die ich werde mal die Kisten bis zum Sortieren das zumindest für sie machen Zeugs hier draußen die nicht schaden ich war ich mache es einfach mal so dass ich die Blöcke in eine Kiste und das Prozent ganze andere Zeug in die anderen wird sich sinnvoller du musst du nicht lassen ich habe das Gefühl dass die Playlist ein bisschen zu laut ist ich habe das Gefühl dass man nur zu leise ist aber das macht jetzt nix lieber zu leise als zu laut und sonst ist es hier noch zu leise vielleicht ist es so besser sollte eigentlich ja 62% erreicht und ich erstelle mal ganz kurz ich baue mal ganz kurz eine Pressure Plate für unsere Türe gefährlich gefährlich wegen den ganzen Creeps die kommen dann auch rein mach lieber ein Button nein nein ich meine eine Pressure Plate für innen und ein Button für außen ja ach geil der Mob Dismemberment Mod oder wie auch immer das heißt oder Mob Amputation funktioniert oh der ist Multiplayer fähig ja geil das finde ich jetzt geil weil die Mop Dismemberment Mod oder wie auch immer die Arme zu abschlagen und mir irgendwo essen warum ist meine fucking Playlist zu laut nein das ist zu leise eindeutig aber vielleicht kommt mir das nur so vor vielleicht sollte ich auch den TeamSpeak etwas lauter stellen ihr kommt mir alle ihr kommt mir beide so leise vor ich glaube ich mache auch bei den Playlists so leise und der Regen ist natürlich sowieso zu laut aber das ist ja normal äh einen Button ich mach mal ein Steinbutton weil wir eine Holzwand haben oder? äh so ähm ach braucht nur für eine Button Clean Stone ja ja könnte man Holzbaden machen ja so ach ja ich wollte meine Essung raus holen und das ist zu sterben ab geht wieder nach Hause und was hast du gefunden? eisen eine ganze Menge eisen und das sind Kohle super super die Diamanten dann gib mir noch einen Stein ich hab keine Diamanten ja ah ok gut ja komm gleich mal einfach zwei Keeper gelaufen bitte super lo darf ich vielleicht raus so danke ok da stecken ja ich ich zerschlag ihn mal oder versuchs ah ok nur der ist nicht in seine Einzelteile zerfallen ja ist ja ok ich ernte der Warme hier die Potatoes aaaaaaah oh der hat mich weg kaputtiert du der Mann stimmt da könntest du oh die Zommen die den musst du dich aber zerhacken können komm schon zerfallen in deine Einzelteile warum willst du nicht in deine Einzelteile zerfallen böser Zommen so jetzt hat er das kann weg so ich mach das Außen mal ein bisschen schöner das ist ja irgendwie immer so ein Klotz ich mein alles mit Mein Kampf ist ein Klotz aber ich kann auch schöne Klötze bauen ja kann man an dem Zommen hier habe ich zum Beispiel jetzt einen Arm abgeschlagen es geht also doch irgendwie ja natürlich du kannst ihm alles abschlagen du kannst ihm auch Köpfe abschlagen normalerweise wird dann verblutet er langsam die Matte ist auf jeden Fall witzig und ich spinne also stirbt gar nicht ich hab den Sound ausgemacht deswegen höre ich mich auf x und verwende x-ray haha Cheetor kann ich auch nicht so sagen Cheater LP vor allem weil ich x-ray hier auch drin habe wer hat das Dach kaputt gemacht dir traue ich alles zu Habe ich mal den Cineplayer-RP auf dem alten Kanal tatsächlich benutzt? Gott, war das gestört. Ja, ich weiß. Ach, hab ich euch schon erzählt, dass ich im Hardcore... Was? Ja. Hast du hier das fertig gebaut? Nein. Was hab ich fertig gebaut? Das ist ein Hardcore-RP in der dritten Folge. Ja, den hab ich da hingesetzt. Ah, okay. Gold, ich hab Gold gefunden. Tja, abgesehen davon, dass es im normalen Minecraft als nächstes Blitz los ist. Außer natürlich, dass du damit voll die Rails bauen kannst. Du kannst mir jetzt sehr viel bedingen. Und dass in Vanilla-Minecraft die schnellsten Tools mit herstellen kannst. Gold ist schon voll. Ja, zerbrechen aber halt auch sehr leicht. Mei. Ja. Haltbarkeit 10 drauf und sie tun's nicht mehr. Aber reticulär kannst du doch nur 5 machen, oder? Ja. Ne, Haltbarkeit glaube ich sogar nur 3. Oder 3, ja. Gammelfleisch, das kann ich hier rein. Ähm. Gammelfleisch, mach ein Döner draus. Sicher, dass das Gammelfleisch und kein Pferdefleisch ist. Ich weiß nicht. Dann soll man Lasagne draus machen. Kein Döner. Stimmt eigentlich. Eine Lasagne-Mod für Minecraft hätte auch mal was. Also, Zombiel hat ja seine Lasagne in einem, äh, vorgestellt. Ja, okay. Er hat Pferde in ein Heugitter gespawnt oder so. Apropos Gitter, äh, soll ich vielleicht mal versuchen, irgendwie ein paar Viecher zusammen zu suchen, die wir für Essen lieben können. Achso, ja, da verbrauchen wir Weizen. Ich pflanze doch nur Weizen. Du kannst Gras kommen und machen und Weizenfarm bauen. Ja, siehst du auf der Altmape? Es deckt also Weizen. Tja. Etwas. Ja, früher war alles besser. Du weißt, dass zu dem, was du gerade sagst, meine Musik gerade wunderbar passt. Ja, früher wären wir froh gewesen. Da war es ein Griech. Da war es noch wichtig. Da haben wir Minecraft noch auf, äh, Schreibmaschinen gespielt. Ja. Genau. Das war alles noch ein Text-Face-Reventure. So, dann sind noch Freitmaschinen vorher. Ja, die sind wirklich... Ja, die sind wirklich... Ja, die sind wirklich... Naja, kann man machen. Nicht so, dass, was ich mit dem Text-Face-Reventure vorstelle. Kann man mal machen. Kann man mal machen.